Ja Jetzt ist es ziemlich glücklich wieder Hi Cem und Xan Ich hab was gefunden Sira Ist das jetzt mies oder nicht? Ich hab ne 50-50 Chance Okay Aber ich behält es erstmal für mich Weil das wär irgendwie Eiebein Okay Was behältst du für dich? Also ich kenn entweder einen bösen oder einen imitator Eiebein Aber ich lass den Daniel ist Kannibale Der hat vorhin gesagt Ja ich hab mich noch in diese ganze Runde nicht einmal gesehen Aber okay Ich bin versteckt nur das Grüne schaut unten raus Was? Twix lacht fies Nur das Grüne schaut unten raus Wurde es abgedeckt Es leben immer noch alle Was ist hier los? Ich hab keine Ahnung Das Problem ich weiß schon Bescheid Das heißt du bist Medium oder so? Das Red ist böse wahrscheinlich Nee also ich denk jemand anderes Aber ich sag die Wunder nicht Amarillo Nee Amarillo Soll ich jetzt auch nicht durchsagen bis du ja sagst? Reclaimer Ja mach mal Zahn Oder Es ist klar Er surft Start Oida